Dem Schützen Klack, der Wache steht, so manches durch den Schädel geht. Verdrieslich macht die Müdigkeit, mal sehen, ob sie der Rauch vertreibt. Er sah es nicht, welch gütig Herz, zurück bleibt nur ein Fingerschmerz. Doch ändert das den Umstand nicht, das müde Stellen im Gesicht. Staunend bleibt er plötzlich stehen, das muss er genau besehen. Solch ein Ding in meiner Lage, wie gerufen, keine Frage. Und er nutzt, als sei es ein Bette, diese schöne Lagerstätte. Damit dir das nicht passiert, wurde das hier aufgeführt. Denn Moral von der Geschichte? Auf der Wache döst man nicht. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020